Hey meine lieben Crazy Gamer und Crazy Gamerinnen, Crazy Memphis meldet sich wieder zum Dienst. Willkommen zur Battlefield Hardline Beta, so sieht es aus. Ja, die letzten beiden Parts hatten wir Überfall und Hotwire. Jetzt kommt das klassische Eroberung, oder ja, doch die klassische Eroberung. Und ich denke mal, es könnte ein bisschen besser laufen als in den ersten Parts. Aber ich möchte natürlich nicht zu viel versprechen, aber schauen wir mal. Aber es macht trotzdem Spaß, muss ich sagen, gefällt mir. Also das jetzt mit den Eroberungen, mit den Autos, ist wirklich mal was komplett Neues. Jetzt, gut, ich habe es einmal gespielt, ich habe es wirklich nicht so ganz hinbekommen, aber ich denke mal, wenn man das ein bisschen öfters macht und sich halt auch daran gewöhnt, wie was funktioniert, wie was zu laufen hat, dann denke ich mal, dass es auch gut laufen kann. Öh, gib mir doch mein Auto. Ja, und gleich die Mucke am Start. Achso, Third Person, ja. Ich glaube, wir sind dann jetzt die Gangster, ne, weil das ist ja keine Kopfkarre, die ich jetzt habe. Wo fahren wir eigentlich zuerst hin? Fahren wir Richtung B, wa? Wow, okay. Also wenn das Auto aufkommt, fühlt sich das ziemlich komisch an. Ach, und was mir gerade auffällt, Leute. Ich habe ja gesagt, im Break gucke ich mal nach, was ich mit der Kohle machen kann, ne? Ups, vergessen. Naja. Was man nicht im Kopf hat, hat man in die Bähne. Uiuiui. Okay, bei B geht auf jeden Fall die Luzi ab. Oh, da sind zwei von uns gestorben. What the fuck? Wir steigen hier mal aus. Okay. Wow, Double Kill. Okay, awesome. Ach, das war unser, oder was? Ups. Ups, sorry, man. Konnte ich hier nicht? Ah, ne, ich habe ja nur das Gadget jetzt hier, ne? Okay, Kontrollpunkt, haben wir. Awesome. We fucking got it, yeah. Wow, ich habe einen runtergeknallt, jawohl. Hahaha, geil. Schön aus dem Auto geknallt, den Schweinchen. Ich bin befördert worden, awesome. Oh, wow. Den habe ich nicht gesehen. Also wirklich, den habe ich nicht gesehen. Ich werde mir das Video nochmal angucken, dann sieht man den wahrscheinlich wieder klar und deutlich. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Leute, wollt ihr mal, dass ich Heli fliege? So, let's do this. Wie hebe ich ihn ab? Oh, Schub mit links? Linker Sticken? Und wie fliege ich vorwärts? Ah, mit dem rechten Sticken. Alright. Oh Gott, ich bin... Heli fliegen, ne, Leute? Ah, ich kann sowas nicht. Hahaha. Kann ich auch schießen, oder sowas, ne? Ah, das waren jetzt die Dings-Raketen, ne? Die Abwehr-Dinger da. Oh. Oh nein, ich bin... Oh, was mache ich denn? Sorry, Leute. Ich bin jetzt einfach... Oh mein Gott. Das ist das epic. Ja, ich bin fucking crazy. Ich bin fucking crazy, Memphis, joh. Ja, okay, we got this. Okay, wow. Thank you, man. Thank you. Wow, ich danke dir. Okay, ich bin wieder heile. Beim nächsten Tod will ich auch mal die Klasse wechseln, denke ich mal. Oh, oh. Wie, was war das denn jetzt? War das Molotow? Okay, ich bleib hier unten, Leute. Sichert ihr noch einen oben. Sehr schön. Okay, neutralisiert. Komm schon, komm schon, komm schon. Ähm, ich hab auch das Gefühl, dass diese Eroberungen hier schneller gehen als in den letzten Teilen. Kann das sein, oder... Irre ich mich da? Oh, Badezimmer. Okay. Kommt einer. Hier ist irgendwo einer. Oh, nein. Ich hab in seine scheiß Knie geschossen. Ah. Aber ich wusste, dass hier einer ist. Hab ich genau gehört, hab ich das. Okay, Heli fliegen war für den Arsch. Was ist das denn? Dirt Bike? Hier gibt's ein Dirt Bike. No way. Yeah. Kann er auch Hochstarter? Oh, nö. Schade. Oh, doch, er kann Hochstarter. Haha. Den linken Sticken drücken. Okay. Er ist ja voll der Styler hier, wa? Yeah. Oh, Richtung A. Alles klar. Ich komme, Jungs. Und Mädels. Yeah. Ja. Alright, ich bin drinne. Let's do this. Aber gut, äh, aus dem Heli schießen ist schon mal scheiße gewesen. Habt ihr ja im letzten Part gesehen. Ich hab nichts getroffen. Vielleicht nur mal ab und zu angetaggt. Oh, what? Ist er rausgesprungen? No way. Ah. Oh, komm. Nice. Oh. Hey, Buddy. Hey, Buddies. Wie geil ist das denn, Alter? Habt ihr das gesehen? Die Sause geht los, Alter. Die spawnen alle vor meinem Gesicht. Und ich kann sie alle wegrattern, ey. Awesome. Woo. Au, au, au. All right. War das einer von uns? Ah, fuck. Oh, Heli. Heli, Heli. Ah, die Drecksau. Die Drecksau, ey. Got it. Yeah. Okay, okay, all right. Aber seht ihr? Der Modus klappt schon viel besser als die anderen. Viel, viel besser. God damn. Hier hab ich wenigstens mal ne KD, wo ich sagen kann, yo, ich hab was. Das kann ich vorzeigen. Oh, 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 oh. Ah, geh rein da. Wo ist er hin? Hier war doch gerade einer. Wo ist der Sack? Oh, oh. Okay. Wo, 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 wo. Got a man down. Hier oben ist noch einer irgendwo. Ach, scheiße, komm ich gar nicht hoch? Öh. Ja, hier komm ich hoch. God damn. Wow. Ah, jetzt bin ich mal gestorben, Leute. Jetzt bin ich mal gestorben. Wow. Aber außerdem, cool. Eroberung ist wie immer geil. Macht immer Spaß. Das definitiv. Okay, was haben wir hier? Was ist das denn? Syndicate Screwwagen. Freunde. Yeah. Oh, mein Gott. Leute, wie lame, ich weiß. Wie lame. Team. Oh, 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 oh. Man ist nicht der schnellste Ufer, aber ich hoffe, er hält ein bisschen mehr aus als die normalen Autos. So, wir fahren jetzt mal Richtung A wieder. Yeah. Ah. Here we go. Hey. Hey. Was gay. Oh, hell. Ich bin jetzt hinter dem Auto. Obwohl, das ist nicht schlau. Dann wissen sie auch genau, wo wir gleich stehen. All right. Ich got this. Ach so, er sitzt noch drin. Cool. Ich dachte, er ist ausgestiegen. Steht einfach davor, wisst ihr? Yeah. Wow, was war das? Ist mir ja voll hängen geblieben. Auf zu C. Oh, was steht denn hier vorne? Oh, oh. Ist da was drin? Nö. Doch, da saß einer drin. Habt ihr gesehen? Mich verfolgt auch was. Ja, okay. Ich muss ein bisschen Abstand, weil ich werde wahrscheinlich hier gleich voll weggeknallt. All right. Fuck. Da sind die meine Kollegen. Sind die jetzt alle nur am Beschützen oder was? Wow, oh. Bei A geht wieder die Lucia. Oder war das hier bei B? Ah, das war hier bei B. Okay. Hey, hey Buddies. How are you doing? Oh, oh. Was ist das? Kann ich? Ja. Oh, scheiße. Die Granate ist weggebounced. No. Wow. Fucking shit. Ihr wollt mich wohl verarschen. Jetzt hab ich mich selbst fast in die Duft gejagt. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Wir werden hier alle abgeschlachtet. Ich seh hier auch keinen. God damn. Na, wo kommt er? Ich hab hier ein Auto anhalten hören. Ich hab's doch genau gehört. Da. Oh, oh, oh. Ah, okay. Awesome. Ich geh mal nach oben. Wow, 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 wow. Schneiber. Ah, rein da. Ah, got it. Okay. Wow. Thank you. Wow, wow, wow. Jetzt wollen sie's wissen, die Jungs. Hey, this guy's fucking down. Alright. Got it. Ich kann ja auch mal den Noob-Tub benutzen, ne? Oh, Schneip. Da bin ich geschneipt worden. Holy moly. Jetzt haben sie die Schnauze voll, würde ich sagen. Jetzt wollen sie snipern. Okay. Wir könnten ja eigentlich auch mal hier zu A. Und dann nehmen wir jetzt auch mal Profi. Nehmen wir jetzt mal Sniper. Oh, was ist denn hier los? What the fuck ist denn hier los? Äh, äh, äh. Vor ein bisschen hier so, so, so Wind. Und so. Das ist ja krass, okay. Alter Schwede. Wie die auch reden. I got you, pussy. Get the son of a bitch. Ja, ha, ha. That is what I'm talking. Yeah. Okay, I got one. Steck dich nicht, Mann. Ah. Ah, nee. Oh, ha, ha, ha. Ich werde verbrüht. Oh, okay. Mit dem Polizeiknüppel. Wow. Wie geil ist das denn? Cool, okay. Halt, andere Klasse wieder. Wir nehmen jetzt mal, äh, wieder die kleine Klasse hier, wa? Obwohl, die hatten wir ja vorher auch schon. Ist der Sack noch am Leben jetzt hier, oder was? I don't know. Auf jeden Fall. Ne, ich glaube, er liegt hier. Okay. Let's do this. Kommt, Leute, hört auf zu Snipern jetzt, okay? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier sind sie alle. Ha, ha, ha. Woo, ho, ho. Wie, hi, hi. Yippie. Ja. Mich kriegt ihr nicht. I'm the stun crazy Memphis. Yeah. Ich würde sagen, für den Rest der Runde werde ich jetzt mal ein bisschen rumalbern. Ich habe einfach mal Bock drauf. Ja. Yeah. Wow, wow, wow. Okay, jetzt reicht's aber. Okay. Hier kommt der Grenade, Motherfucker. Oh, yeah. Oh, Gott, bin ich alleine? So gut wie, ne? Äh, okay. Noob, tube. Alright. Oh, ich habe einen angetaggt. Ich habe einen angetaggt. Und Killhilfe bekommen. Yeah. Awesome. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber cool. Gefällt. Komm, nehmen wir den noch ein. Neutralisieren. Oh, schade. Aber wir haben gewonnen. Jawohl. Also, ich muss sagen, das war auch die beste Runde bis jetzt. Auf jeden Fall. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde mir die anderen beiden Modusse auf... Oder Moden. Ich weiß gar nicht. Modusse? Moden? I don't know. Äh, werde ich mir auf jeden Fall nochmal einverleiben. Ein bisschen öfter spielen, damit ich da mal reinkomme. Und, ähm, ja. Ich hoffe, euch hat die kleine Review, Preview von der Battlefield Hardline Beta gefallen. Ähm, könnt gerne mal Kommentare hinterlassen. Eventuell auch noch mal einen Daumen. Könnt gerne sagen, was ihr davon gehalten habt. Ähm, und ja. Wir können auch gerne noch die nächsten Tage, solange die Beta offiziell noch draußen ist, zusammen zocken. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich würde sagen, stay crazy. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. prap.